ja wir sind bereit okay wieder action heute richtung pink beach ja aber ich will gerne euch auch zeigen die umgebung von kutta kurz die kutta eigentlich dann aussieht ja warum leute hierher kommen wollen danach waren wir dann nach osten das ist ja sage ich mal so ein entspannter fahrt wir werden meistens dann durch die landstraße fahren dass wir dann oder das nicht an euch dann mehr von dem leben der einheimischen zeigen kann sie aber okay ja so irgendwelche tiere über auf dem dach und da hat man kurz angst was war das hat sie war es laut oder wie ja das war geko oder hatte das größer gemacht einfach mal über die über die decke gelaufen also das könnte mäuse sein oder oder bei uns also habt ihr was man gehört das ist eine katze die dann so im wald dann leben aber dann kommen oft dann zu häusern in die häuser der einheimischen kommen in die decke oben die jagen irgendwie mal mäuser ja normalerweise sowas die luag und dann es gibt auch interessante geschichte von dieser luag dass es auch schon luag kaffee gibt das heißt die scheißen kaffee raus also kaffeebohnen die fressen kaffee und dann werden nicht so richtig verdaut und dann kommen die als die wohnen immer noch wieder raus ja genau und dann das wäre die beste qualität von kaffeebohnen und das werden getränke als von den königinnen oder von den adligen früher ja 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 Ja, wir sind hier in Tanjunga an, ich gehe jetzt weiter, wo jetzt Alicia und Julia hingehen. Ich bin hier oben auf dem Berg. Ja, oben mit dem Berg. Ah, ok. Mit dem Berg? Auf den Berg. Ich mache das zu. Auf den Berg. Nochmal. Ok. Dankeschön. Ja, da kommt die Sonne. Es hat heute morgens heftig geregnet bei mir im Osten. Gut Fahrt, ja, auf Lombok, na. Okay. 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 Ja, wir sind auf Quart jetzt. Ich kann hier selber nicht fahren. Aber ich glaube nicht. Deswegen muss ich da rein. Ich bin hier oben, ich bin hier oben. Ich habe hier oben. Das ist ein Schatz, oder? Ich habe hier oben, ich bin hier oben. Ich habe hier oben. Ich habe hier oben. Also, ich habe hier oben oben. Bis zum nächsten Mal.